Wieder einmal sind wir in Italien, um genau zu sein, in Mantua. Das ist eine Stadt im Norden von Italien, ganz in der Nähe von Florenz, der Hauptstadt der Renaissance. Und in genau dieser Zeit befinden wir uns immer noch. Und nun bitte einmal den Blick nach oben in Richtung Himmel. Wir sehen durch einen Balkon direkt in den Himmel und sehen viele Putti. So heißen die kleinen, nackten Kinder mit den Flügelchen. Ein paar Erwachsene schauen nach unten, geradewegs auf unsere Köpfe. Hoffen wir mal, dass sie nicht aus Versehen etwas herunterfallen lassen oder uns noch ein Kaugummi auf den Kopf fällt. Aber keine Sorge, dies ist nur ein Bild. Das Bild ist direkt auf die Decke eines Raumes gemalt. Es ist also auch kein Loch in die Decke geschnitten worden. Der Künstler Mantegna wollte sich einen Scherz mit uns erlauben und hat unser Auge getäuscht. Und er muss bestimmt schlimme Nackenschmerzen gehabt haben, denn er hat ganze neun Jahre lang an diesem Bild gearbeitet. Und er ist auch ein Bild gearbeitet. Untertitelung des ZDF, 2020